Hallo, hier ist wieder euer WeHawkLP. Ich begrüße euch zurück bei Captain Silver. Ja, wir stehen kurz vor Captain Silver. Wir müssen vorher noch diesen Abgrund hier überwinden. Und dann sind wir auch schon da, wobei ich glaube, das war ein bisschen langatmiger. Schwierig war eigentlich nur, dass hier zwischenzeitlich halt diese Pflanzen kommen und auf einen schießen. Das ist ganz schön beschießen. Hier quasi. Aber das sollte man hinbekommen. Gleich müsste wieder so eine Pflanze kommen. Ich weiß nicht mehr hundertprozentig, wo das war. Wir werden es rausfinden, oder? Da ist sie ja. Wusste ich es doch. Perfekt. Gut. Die haben wir erfolgreich aus dem Weg geräumt. Geräumt. Und jetzt geht's weiter. Und ich glaube... Ich glaube, wir waren schon auf einem guten Weg zu Captain Silver. Ich glaube, der war nicht weit weg mehr. Jetzt nehmen wir nochmal das mit, damit wir auch doppelte Power haben. Damit wir uns zweimal treffen lassen können von ihm, weil das ist wichtig. Weil, ähm... Der ist nicht ganz einfach. Und wir sind tatsächlich schon kurz vor ihm, Leute. Wir gehen ihn an. Den unglaublichen Endboss in diesem Spiel. Dann sind wir tatsächlich schon durch Captain Silver. Auf geht's. Gucken wir mal, was dabei rauskommt. Hallo, Kerl! Captain Silver. Ja. Der wirft mit Pfeilen nach uns. Mit brennenden Pfeilen. Ihr seht, er ist nicht mehr so ganz taufrisch. Ihr seht aber auch... Ah, Gott. Wenn man so ein bisschen unter ihm herläuft. Und ihn ein bisschen anstrengt. Bisher habe ich noch nicht mal meine Weste verloren. Meine Schutzweste. Das könnte hinhauen. Wow, wir haben's schon. Echt, wir haben's schon? So schnell ging das? Das lag jetzt aber auch bestimmt an der vierfachen Feuerbauer. Ähm... Okay. Ja. Okay. Nachdem er sich Captain Silvers Schätze geschnappt hat... Ja. Hat Jim sich ein Schiff mit dem Gold geleistet... Und hat sein Abenteuer auf den sieben Weltmeeren fortgesetzt. Dann hat er diverse Gegner besiegt auf seinen Reisen. Ja. Er wurde als Held gefeiert... Äh... Auf den ganzen Weltmeeren. So nach dem Motto. Ja. Und seine Erfahrungen wurden von Generation zu Generation weitergetragen. Ja. Also mit anderen Worten, er hatte ein fröhliches und erfülltes Leben. Er hat ja dem guten alten Captain Silvers einfach seinen Schatz geklaut. Normalerweise nennt man so etwas Diebstahl. Hier wird man dafür gefeiert. Das ist wunderbar so. Und damit haben wir tatsächlich die US-Version von Captain Silvers schon abgeschlossen. Aber Leute, ich hab ihr gesagt... Uns erwartet noch was. Ich will's natürlich jetzt so nicht stehen lassen. Nach nur drei Minuten will ich den Part nicht schon beenden. Wir haben noch was vor uns. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich das... Ja. Hätte ich gleich hier damit weitergemacht. Aber egal. Nach einem kurzen Cut geht's mit der europäischen Version weiter. So Leute, da bin ich wieder. Es geht weiter mit Captain Silvers. Diesmal in der europäischen Version. Das bedeutet für uns, wir haben jetzt mehr Gegner vor uns. Wir haben schwierigere Gegner vor uns. Und es gibt auch den ein oder anderen Boss mehr. Und zusätzliche Levels. Mit anderen Worten. Hier geht's ordentlich ab. So. Wir verlieren auch mal... Gar keine großen Worte hier. Wir machen einfach mal direkt weiter. Das hier ist noch nicht das große Problem. Die Kätzchen, die kennen wir. Die erste kleine Änderung, die zeige ich euch gleich mal. Hier sind wir schon. Da ist sie schon. Ihr erinnert euch hier noch an diese... An diesen Apfelbaum hier. Sind das Äpfel? Das sind sehr merkwürdige Äpfel. Aber wahrscheinlich sind es Äpfel. Ihr erinnert euch, dass der erste zuerst runtergefallen ist. Der ganz linke. Also, ja. Jetzt wartet mal ab, was jetzt passiert. Jetzt fällt der zuerst runter. Und danach der. Und dann der in der Mitte. Wenn ihr vorher das andere musst... Au, scheiße. Ja, ihr seht. Und auch wirklich erst, wenn ihr genau drunter steht. Also es ist... Ihr seht in der Tat schon, auch die Gegner verhalten sich jetzt anders. Es ist ein bisschen schwieriger geworden. Bestimmte Bewegungen vorauszusehen. Jetzt anhand auch dieser Äpfel kann man das immer sehr gut zeigen. Das hier ist die schwierige Version. Die Äpfel fallen schon mal ganz anders vom Baum als vorher. Ja. Das ist aber noch nicht alles. Wir haben noch mehr Gegner. Hier. Hier bei diesem Typen. Der hat jetzt eine dritte Musiknote, die er... Oder waren es vorher auch schon drei? Auf jeden Fall ist es irgendwie eine andere Bahn. Wir mussten mehr in Bewegung bleiben. Das ist jetzt auch noch nicht das große Problem. Die großen Probleme, die erwarten uns noch. Ähm... Jetzt muss ich gleich mal gucken. Kann mir nicht gleich noch irgendwas... Ja, jetzt nehmen wir zum einen diese Äpfel wieder hier. Ja, komm schon. Ich bin da... Oh Gott. Ich bin da immer so vorsichtig. Hier ist noch der eine hier. Also hier werde ich definitiv auch Safe-Sales verwenden. Habe ich ja auch schon bei dem einen Apfelbaum jetzt. Weil, ähm... Das Spiel ist recht schwierig jetzt. Also in der europäischen Version wirklich deutlich schwieriger. Da habe ich es auch wirklich nie ohne Safe-Sales über das zweite Level hinaus geschafft, muss ich zugeben. Das zweite Level ist dann wirklich sehr, sehr heftig. Na schön. Ähm... Können wir uns noch nicht leisten. Hätte ich gar nicht probieren brauchen. Hier, die Hexe. Die hatten wir zum Beispiel vorher auch noch nicht. Und sie tötet uns. Ja, so haben das Hexen an. Also weiß sie auch nicht, warum die das macht. Hüse! Gut, und der Fiffi hier ist auch neu. Ähm... Mit dem habe ich jetzt gar nicht mehr gerechnet. Ai, 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 ai. Okay. Und wieder so ein Baum. Ai, ai, ai. Die nerven mich ein bisschen, muss ich sagen, hier in dieser Version. Jetzt fallen sie zu zweit vom Baum. Ist ja nervig. Komm schon runter. Man muss einfach vorsichtig sein. Hier rennt man einfach am besten unter den Katzen durch. Und... Das war knapp. Ich glaube, das war nicht die optimale Lösung, das zu machen. Ähm, so. Jetzt müsste uns eigentlich schon der Boss erwarten. Genau. Ihr erinnert euch in der letzten Version. War hier Feierabend. Hier hatten wir das Level geschafft an der Stelle. Und jetzt dieses nette, zarte Lachen, was ihr eben gehört habt. Führt uns zu dieser Hexe. Ist doch sicherlich. Oh weia, oh weia. Die hat's faustdick hinter den Ohren. Ähm. Ihr seht schon. Jetzt wisst ihr auch, wo diese ganzen Äpfel herkommen. Au. Die haben mehr was von Kürbissen. Ich weiß. Aber seit wann wachsen Kürbisse an Bäumen? Also wer mir jetzt neu. Wir haben sie besiegt. So. Wunderbar. Damit ist Level 1 auch schon wieder geschafft. Aber. Der wahre Horror. Der steht noch vor uns. Wir gehen auf das Piraten-Chip. Äh, Chip. Ja, genau. Oh, Chip. Okay. Ja, die Taube. Äh, die Taube? Ne, nicht wirklich. Die Möwe. Die ist noch nicht das Problem. Wir müssen ein bisschen mehr vor den Piraten aufpassen. Und es gibt auch neue Piraten. Ne, das war knapp. Kommen wir jetzt auch wirklich von beiden Richtungen. Sehr gut. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Feuerpower. Die brauchen wir auch ganz dringend, weil... Ohne wird dieses Spiel höllisch. Wenn ihr wirklich nur auf dieses Schwert angewiesen seid, dann könnt ihr nicht losschießen. Das ist echt übel. Haha, komm her. Komm her, du. Geh doch. So, jetzt nehmen wir uns erstmal wieder die Disco-Power hier. Ja, unsere Weste leuchtet schön discomäßig. Und ihr seht diesen Typen da oben. Der ist nicht nur doppelt so groß wie wir. Nein, er ist auch doppelt so stark wie wir. Den sollten wir besser nicht zu nahe kommen. Auf diesem Schiff da tummeln sich die finstersten Gesellen. Äh, ich wusste doch, hier war einer. Okay, na, bei dem müssen wir wohl... Ah, da warten wir... Ah, scheiße, da kommt der auch wieder. Eieieiei. Ah, Mist. Das war jetzt dämlich. So schnell kann es gehen. Ähm, erstmal den hier erledigen. So, warten, bis der hier hochkommt. Jetzt komm schon hoch. Kommst du wohl? Der will nicht. Jetzt will er. Super. Jetzt, wo ich da runter bin. Das war knapp. Eieiei. Okay. Das hätte übel in die Hose gehen können. Aha. Ja. Mit euch habe ich gerechnet. Aber wir sind noch lange nicht durch. Das Level, was danach kommt, das ist übrigens ziemlich cool. Also... Das ist... Das ist dann ein neues Level. Die beiden hier, die haben wir jetzt schon gekannt. Aber... Das, was danach kommt, das ist... Das ist wirklich... Das ist eigentlich so mit mein Lieblingslevel. Hat was. Au. Ja, und das war dämlich. Den hätte ich sehen müssen. Also... Da habe ich jetzt einfach nicht aufgepasst. Also... Wo kommt der denn auf einmal her? Ach du meine Güte. Wo kam der denn her? So etwas habe ich auch noch nicht erlebt. Klettert der auf einmal das Netz hoch. Eieiei. Hier muss man echt aufpassen. Also die sind hier wirklich überall. Da unten ist wieder so ein Messer-Typi. Hallöchen, Messer-Typi. Du bist Tod-Messer-Typi. Gott, die haben alle Messer. Naja. Was soll's. Schnappen wir uns erstmal das Gold hier und machen weiter. Wir haben ja noch ein bisschen... Oh, Fifi, was machst du denn hier? Und noch ein Fifi... Oh, was? Wo kommen die ganzen Hunde her? Nipp das noch... N-n-n-n... Das nimmt ja gar kein Ende hier. Wie soll ich jetzt... Ach, Mist. Wie soll ich denn jetzt hier durchkommen? Ganz toll. Wirklich toll. Wie soll das denn jetzt gehen? So geht das. Okay, ganz einfach. Entschuldigt. Öffnen wir die Truhe und gucken mal, was drin ist. Wir haben ja einen Schlüssel. Ähm... Ah, okay. Ein Shop. Natürlich. Ein Shop in einer Truhe. Und wir nehmen uns natürlich das hier, weil Unverwundbarkeit werden wir hier brauchen. Gerade wenn es gegen Captain Silver geht, am Ende. Das wird dann natürlich ganz übel. Ui. So. Über dich hüpfen wir einmal drüber. Ja, komm. Du hast ziemlich langsame Kugeln, möchte ich an dieser Stelle mal sagen. Aber alles andere wäre wahrscheinlich auch ein bisschen unfair. Haha. Nehmt meine Sternschnuppen. Nein. Nehmt meine Sterne. Ohne Schnuppen. Schnuppen sind ausverkauft. Genau. Komm, ein E. Gib... Gib Daddy ein E. Daddy möchte ein E. Jetzt gibt Daddy ein E. Na komm. E wie Emil. Na bitte, da ist es doch das E wie Emil. Wunderbar. Glücksradmal ganz anders. Wo war Maren, wenn man sie mal gebraucht hat. Okay. Ja. Gott, das wissen eh nur noch die Älteren unter euch. So. Boss Time. Der ist gleich geblieben. Der hat sich nicht verändert. Ähm. Deswegen pack ich euch den Speedrun oben drauf. Jawohl. Der ist kein Problem. Der ist auch in dieser Version kein Problem. Wenn man es schnell angeht. Wenn man nur das Schwert hat, ist es ein bisschen schwieriger. Wenn man schießen kann, ist es einfach. Szene 3. Jetzt wird es episch. Haha. Wir fahren jetzt über den See. Über den See. Jetzt fahren wir über den See. Genau. Ähm. Ja. Die Überfahrt hier, die wird nicht einfach. Nicht wegen den Möwen. Nicht wegen den Möwen. Nicht wegen den Möwen. Sondern wegen ihm hier. Und vielen, vielen anderen netten Spießgesellen. So. Wir schnappen uns da oben den Schlüssel. Und. Wir werden von einem fliegenden Fisch so erschreckt, dass wir von Möwen getötet werden. Wieder mal sind es die Möwen. Meine Güte. So. Hier muss man echt. Hier braucht man unheimlich gute Reflexe auf diesem Teil. So. Wir gehen mal in den Shop. Und wir schnappen uns. Ja. Die Feuerpower, die zusätzliche. Haha. Denn jetzt haben wir die Vierfache. Und damit sollte es doch möglich sein. Was? 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 Ah. Was war das denn? Was war das denn jetzt? Fährt dieses Boot einfach weg? Gemeinheit. Oh. Fledermäuse sind auch hier. Ah. Verdammt. Genau. Das war die Geschichte. Ich glaube, die kamen jetzt noch ein paar Mal. Ähm. Hatte ich so in Erinnerung. Muss ja nicht sein. Man sollte niemals auf mein Erinnerungsvermögen hören. Niemals. Hahahaha. Hahahaha. Huhu. Was willst du denn? Ach. Komm, Batman. Ich wusste doch, dass du wieder kommst. Ja, wusste ich es doch, hier war die Stelle, wo er dann öfter kam. Ganz genau, genau dort und nirgendwo anders. Was kommt jetzt? Oh man. Was kommt jetzt? War jetzt schon der Boss an der Reihe? Hier bewegt sich nichts mehr. Wow. Jetzt bewegt es sich aber ganz schnell und wir stehen dem Boss gegenüber. Diesem World Heavyweight Champion. Der World Heavyweight Champion, der WWE, steht vor uns. Nein, es ist ein Zyklop mit seltsam behaarten Beinen. Und er geht mir auf die Nerven. Und ich glaube, wir bekämpfen ihn besser von diesem Boot aus. Bisher halten wir uns gut. Vielleicht schaffe ich es ohne Save-States. Da hält aber was aus. Oh Gott. Da muss man so aufpassen wegen den Steinen. Zumal die immer mal kurz aufgrund dieser Grafik-Bugs verschwinden. Eieiei. Die lassen sich halt leider nicht verhindern. Oh Gott. Das war auf dem Master System auch teilweise wirklich so. Also das muss nicht mal an der ROM liegen. Es kann auch wirklich am Spiegel liegen. Aber ne, eieiei. Jetzt war es eng. Jetzt wäre ich beinahe getroffen worden. Jetzt komm schon mal her. Muss ich dir wirklich auf die Insel folgen? War das so? Musste ich auf die Insel vielleicht? Aber nicht, dass er mich jetzt hier quasi auf die Insel locken will und dann völlig fertig macht. Von so einem Zyklop sollten wir uns besser nicht ins Lebkuchenhaus locken lassen. Das war dämlich. Jetzt hat er mich doch noch erwischt. Schade. Ich hatte gedacht, ich schaff's vielleicht ohne Safestates. Aber das muss ich jetzt nicht wiederholen. Ah, okay. Das wird so nix, oder? Okay, schluss mir mit. Komm her, du. Toll. Hätten wir es doch von Anfang an so gemacht. Hätten wir uns viel Mühe gespart. Aber gut, wir haben auch das dritte Level abgeschlossen. Mit Safestates ist das zum Glück alles nur noch halb so wild. Aber ihr seht wirklich... Ja. Ein deutlicher Unterschied zur vorherigen Version, die wir gespielt haben. Hier ist das zweite Level, was wir bisher noch nicht gesehen haben. Und was uns dort erwartet, das erfahrt ihr im nächsten Part. Bis dann.